Zwei Ehepaaren, ein Fehltritt. Tom verlässt mich. Er liebt mich nicht mehr. Er verlässt mich. Er hat mich bereits verlassen. Er ist weg. Hat Bess euch erzählt, dass ihr aufgehört habt, mich anzufassen? Zu berühren? Ich sage lediglich, ich kann ihn nicht mehr sehen. Du kannst natürlich befreundet sein, mit wem du willst. Aber für mich ist jemand, der so ein Leben führt, nicht vertrauenswürdig. Tom sieht blendend aus. Das muss dieser fabelhafte Sex sein. Wie viel Wahrheit verträgt die Freundschaft? Kann die Liebe die Ehe überdauern? Die Antwort und die ganze Wahrheit ab 14. Oktober in Freunde zum Essen im Vorarlberger Landestheater Bregenz. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020